Wie kann Ihr Handy beim Lernen von Wörtern unterstützen? Handys zeigen uns den Weg zu Orten, die wir nicht genau kennen und ja, achso, manche Menschen telefonieren auch mit dem Handy. Kann uns das Handy auch beim Lernen von Wörtern unterstützen? Natürlich gibt es eine Menge Apps für das Lernen fremder Sprachen, aber die meine ich nicht. Die Wörter werden dort oft sehr isoliert gelernt, ohne Kontext, ohne Vernetzung und ohne Gebrauch. Viel nützlicher finde ich die Funktionen, die jedes Smartphone sowieso hat und einige Apps, die Sie meistens auch schon haben und vor allem die nichts kosten. Beginnen wir mit den Zahlen. Die lernt man meistens schon in den ersten 30 Stunden auf Deutsch. In vielen Lehrbüchern müssen Sie dann lernen, die Zahlen in den Übungen auszuschreiben. Diese Übungsform stammt eigentlich aus einer Zeit, in der man noch mit handgeschriebenen Checks bezahlt hat. Das gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr. Mit Handys kann man coole Übungen mit Zahlen machen. Alle Handys zum Beispiel haben Wecker, Timer, Stoppuhren und Rechner. Hier ein paar Beispiele zum Ausprobieren. Am besten setzen Sie sich gegenüber mit den Lernenden, die Sie beraten oder noch besser, Sie setzen zwei Lerner mit Ihren Handys gegenüber oder Sie lernen in einer kleinen Gruppe. Beginnen wir mit den Zahlen 1 bis 10. Lernen Sie die Zahlen zuerst als Reihe. Diktieren Sie dann Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin eine Telefonnummer. Ihr Partner tippt die Nummer ins Handy. Wenn Ihr Handy dann klingelt, dann hat er Ihre Nummer verstanden. Eine schöne Verstehungskontrolle. Wenn Sie Ihre Nummer nicht verraten wollen, schreiben Sie irgendeine Telefonnummer auf. Ihr Partner tippt Sie ein und dann vergleichen Sie mit den Zahlen, die Sie geschrieben haben. Eine zweite Übung. Länder, Namen und Vorwahlnummern. Frage, was ist die Nummer von Russland? 007. Und die Nummer von Frankreich? 0033. Von Syrien? Von Afghanistan? Wie ist die Notrufnummer? Ihr Partner tippt die Nummer ein und liest sie vor. Machen Sie eine Liste mit wichtigen Telefonnummern in Ihrer Stadt. Welche Nummern kann man gut gebrauchen? Sie können dazu auch die Notizfunktion Ihres Handys benutzen. Als nächstes lernen Sie die Zahlen bis 100. Stellen Sie dann die Timerfunktion der Uhr ein. Die haben Sie meistens auf Ihrem Display. Stellen Sie die Timerfunktion mal auf 20 Sekunden oder eine Minute. Der Timer zählt dann nach unten bis 0. Zählen Sie laut mit. Wenn es am Anfang zu schnell geht, halten Sie den Timer an. Das nächste Mal sind Sie schneller und Sie müssen nicht mehr anhalten. Jetzt kombinieren wir mal etwas anderes, nämlich Zahlen, Orte und Temperaturen. Stellen Sie zum Beispiel Kairo ein oder den Ort, wo Sie gerade sind und sagen Sie, in Kairo haben wir im Moment 12 Grad. Am Samstag haben wir in Kairo 21 Grad am Tag und 11 Grad in der Nacht. In Jena haben wir im Moment minus 4 Grad. Ihre Lerner stellen jetzt den Ort ein, an dem Sie sind oder an dem Sie gerne sein möchten. Sie tauschen Ihre Handys aus und lesen laut vor. Lassen Sie sie eine Weile mit den Orten, mit den Temperaturen spielen. Hören Sie den Sätzen zu. Jetzt ist unser Timer abgelaufen. Sie können die Handys auch austauschen und laut vorlesen. Dann sieht man, welche Städte der andere sich gerade angeschaut hat. Wenn Ihre Lerner Hilfe dabei brauchen, schreiben Sie den Mustersatz auf Papier oder an die Tafel. Dann können die Lerner am Anfang mitlesen und können die Struktur besser aufnehmen. Wenn Ihre Lerner schon mehr können, können Sie auch über das Wetter sprechen. Zum Beispiel, in Kairo ist es sonnig, es regnet, es ist kalt, es ist wärmer als in Deutschland oder kälter als in Deutschland. Und so weiter. Sie bauen langsam von den Wörtern die Sätze auf und von den Sätzen dann eine Reihe von Sätzen und trainieren sprachliche Flüssigkeit. Eine andere Möglichkeit, um die Kombination von Orten und Zahlen zu lernen, haben Sie mit dem Navigator der Deutschen Bahn. Auch das ist ein System, das Sie zunächst kostenlos laden können. Sie können dann heraussuchen, an welchen Orten Sie sind. Geben Sie den Ort ein und einen Ort, an den Sie gerne fahren möchten. Zum Beispiel Köln oder Bonn. Lesen Sie dann vor. Ich fahre mit dem Zug um 5.26 Uhr. Ihr Partner sagt, okay, dann bist du um 5.55 Uhr in Bonn. Und so weiter. Auch mit dem Bahn-System können Sie viele kleine Übungen gestalten, indem Sie einfach die Zahlen und die Orte vorlesen. Von bis. Es ist ein System, das die Lernenden auch selbst natürlich benutzen können nach dem Unterricht. Als nächstes arbeiten Sie mit der Stoppuhr. Lesen Sie zum Beispiel einen kleinen Text vor. Lesen Sie den Text laut vor. Ihr Partner stoppt die Zeit. Dann lesen Sie den Text noch einmal und vielleicht ein bisschen schneller. Und dann ein drittes Mal. Auf diese Weise trainieren Sie sprachliche Flüssigkeit. Für die nächste Übung schalten wir die Rechnerfunktion an. Tippen Sie eine kleine Rechnung ein. 25 plus 34. Lesen Sie laut vor. Ihr Partner tippt die Rechnung mit und ruft 59. Wiederholen Sie das. Trainieren Sie das Rechnen auf diese Weise. Sie üben das Lesen von Zahlen. Meine nächste Übung. Eine App, die Sie vielleicht schon haben. Oder auch leicht vom Internet runterladen können. Das ist der Währungsrechner. Der Ihnen den Wechselkurs nennt zwischen Euro und anderen Rechnungen. Tippen Sie einen Betrag ein. Und nennen Sie Ihrem Partner den Betrag. Zum Beispiel 12,50 Euro. Ihr Partner sagt dann, wie viel das in Dollar oder Dinar ist. Und dann machen Sie es umgekehrt. Vorsicht, bei vielen Währungen brauchen Sie dann die Zahlen bis 100.000. Zeigen Sie Ihren Lernern, wie das funktioniert. Dann können die auch später alleine oder zu zweit weiter trainieren. Die meisten Handys haben übrigens auch eine Diktierfunktion. Ich zeige Ihnen, wie das geht und was Sie damit machen können. Das ist das kleine Mikrofon, was Sie manchmal auf Ihren Handys haben. Die meisten Handys haben übrigens auch eine Diktierfunktion. Sie sprechen die Wörter aus und das Handy schreibt mit. Auf diese Weise können Sie kontrollieren, wie gut Ihre Aussprache ist. So einfach ist das. Natürlich gibt es auch noch viele andere Ideen. Probieren Sie es einfach mal aus. Danke. Danke.